Danke, danke, danke. Und damit der Hype Train einfach mal da. What the fuck? Okay, Stream gestartet. Fünf Minuten, ich gehe gleich auf. Geil. Aua! Fuck is here. Fuck is here, Jura, Mann. Aua! 20 Dollar, wenn du springst. Ey, guter Deal, guter, wirklich guter Deal. Wirklich? Nein! Ich hab ne Fackel für dich, Junge! Der Fackel ist nicht schwanger, ja, verstehst du, Junge? Gott, 25 Subs, isst du sehr strömig, Dinger. Ich esse nicht so'n ekehaften Fisch. Inzwischen. Ripex, Aufruf, Gamescoin, ich mach dich platt. Alter, üb jetzt schon mal. Ha! Nein, das war ein Spaß, das war ein Spaß. Bitte, bitte. Deine Videos sind so schlecht, Mann. Ich seh, was für Videos, Dinger. Muss man dafür nicht mal Videos machen? Aschgeil, Dinger. Das CoinFlip bei einer ungefähren Chance von 58 zu 48 ist. Ja, also heute will ich versuchen, wir grad'n bisschen Geld zu farmen, für, ähm, für unser Kartenplot. Oh, da ist wohl jemand an der Tür. Kommen Sie bitte rein. Ich will direkt rein donaten, Alter. Boooh WAAAH! Aber der Wunsch... Boah, scheiße, die Wanden. Alter, jetzt... Überprüft dort den giveaway-Channel, oh nein. Ich hab mein Bildschirm angespritzt, fuk! What? Also Leute, 5 Subs und wir haben schon 50. Wenn noch jemand 50 Subs giftet, dann haben wir schon 100. Wow. Wenn noch jemand 150 Subs giftet, dann sind das auch nur noch 200 Subs für den 2-Stunden-Stream. Ich hab irgendwelche Schilder kaputt gemacht. Jetzt gehe ich vor eine Rauchung. Ähm, also ihr könnt... Ich bin das über... War das über eine Minute? Ihr könnt einen Lastkraftwagen gewinnen. Nein, weil... Lastkraftwagen? Nein, ich seh! Ich seh! Natürlich nicht! Ich hab hier... Zwei Sachen für dich. Oh, fuck. Du fülltest sicherlich auch Dauben mit Reis, natürlich. Aber nur zu Silvester, dass ich mal kein Feuerwerk kaufen muss. Marco? Ich würd dir nur sagen, ich bin wieder da. Hä, was für ein Trick rausgefunden? Oh, mein fucking Gott, Digga! Digga, du Wichser, Junge! Bei Yasin, also Captain Roadcore, das ist das Geiz in seinem Stream, ne? Der Junge ist ja einfach so Shisha-süchtig. Und dann sitzt er auch wirklich die ganze Zeit so, keine Ahnung hier. Dann sitzt er wirklich so, die ganze Zeit nur so da. Klemmt hier irgendwie so den Schlauch ein. So. Und dann... Ja, Leute, wir müssen jetzt ein bisschen Minecraft spielen. Ja, Fliegi, wenn du die Frage stellen musst, dann ist es echt aus. Ja, Joker, was ist denn da jetzt so schlimm dran? Joker, es wäre schlimmer gewesen, wenn ich ihn gebeten hätte, was anderes aus meinem Gesicht zu nehmen. Ne, ne, Lego, alles gut. Ich glaube, Teddy braucht keinerlei Zusammenschnitte von irgendwelchen Dingen. Na, aber sicher brauche ich die. Oh, UAC, du bist ein Goldpilz. Nein! Mama! Das hast du gut erkannt, Candy. Ich bin in der Tat abgehoben gerade, das stimmt. Ja, aber ich meine, ich darf ja auch abgehoben sein. Ich bin... Also, es ist ja auch weit bekannt, dass ich besser bin als ihr. Versteht ihr? Also, ich meine, ich bin halt der Streamer. Ich habe einen Streamer-Rang. So, versteht ihr? Daywalker ist Streamer-Plus und ist überhaupt nicht abgehoben. Verstehe ich halt nicht. Da, 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 da. Pfff. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ja, mich nennt er auch immer Daddy, wenn wir Offstream sind. Ich weiß auch nicht, was wir straxen sind. Das ist keine Lüge. Nein, nein, nein. Das ist keine Lüge. Dann stellt er Michaels Lüge dahin. Das ist ja da abscheulich. So. Schatz, die ärgert mich. Mi, 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 mi. Okay. Wir machen eine Ankündigung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schatz, wie lang. Oh mein Gott! Na? Alter, ist der... Scheiß drauf, ich sag es jetzt. Hä? Was ist denn das für ein Lucky Block? Hä? Hallo? Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Hä? Alter, willst du mich verarschen? Alter, auszuschlaft. Ja?